Bei mir werden 6 angezeigt Ich glaube meine Cam ist gerade abgeschmiert Natürlich Blurred Ähm, ich mach mal ganz kurz den Cut dann dadurch Ja Durch 28, 2, C Ja, abgeschmiert Oh H 4 Das sind 80 Das sind 90 Film vor Schau Sieht doch hier auf die Erde Natürlich wieder nicht an Äh, ich... Oh, wie war das denn nochmal? Wie ist denn das Zeug, was ich da herstellen musste gerade? Ach, Histi Ach, Histi Histi N Brauche ich noch? Hab ich noch irgendwo... N rum? N Willkommen, abgeschmiert Bitte Okay Ja ja N 6, 9, 3, 2 6, 9, 3, 2 Scheiße Bin ein Idiot Und... 2 2 6 davon so So... 4... 9... Ist er da? Ja. 2, 3... Vielleicht produzieren wir das Zeug. Ich hab die einfach mal in einen anderen Port gesteckt. Äh... Wir brauchen 20 Stück davon. So... Und... Wie viel N? 3 Stück. Sind das 30? Seid 3... Ich bin grad... Ich hab immer Angst, wenn... Ich weiß im TSC, dass du rausfliegst. Achso... Nö... Da bin ich auch wieder. Irgendwie. Neunmal? Waa... Was geht mir denn? Äh... Wie viel C? Ich war nicht fertig, irgendwie. Jupp... Boah, jetzt ist es wieder viel zu hell, fuck! Ah... Äh! Jetzt geht's! Jetzt geht's! Man sieht wieder Centus. Neh... Ich hab schon wieder eine Quest abgeschlossen. Hast du? mhm, mit nem greater pack und äh, Featherfall und äh, Unstappable Schuhe oh, ne ha, Lizin, jawoll, das ist gut für euch hier 50% was? so halt mal nicht greater pack ey, das sag ich, wie bockt grad voll wie viel kriegen wir noch von diesen scheiß Dingern weiß er nicht es geht noch weiter ha 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 geil oh, das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber guck mal, das geht noch weiter das ist noch, das dauert noch ein bisschen wie ist das? ich bin am äh, ich muss noch warten und fertig ist es kann nicht sofort herstellen deswegen hab ich erst das andere hergestellt 19, 28, 2 holen wir mal noch ein paar Level und dann verzauber ich das Schwert einfach noch 19 und ich glaub, wenn wir so weitermachen wir wollten bald keine Level mehr 20 28 und 2 davon vor allem hab ich keine Ahnung, wann die Kerm abgeschmiert ist oh, das ist natürlich wild dann nehmen wir mal ein Stick davon noch keine Ahnung, wie viele Tests zu holen wir nehmen sollen hm wie viele Tests zu holen wir nehmen sollen hm wie viele Tests zu holen wir nehmen sollen was fehlt denn jetzt schon wieder H 1, 2, 2, 3 oh nice VISA 1 und VISA 3 ich hab keine Ahnung was dieses VISA da bringt aber naja oh man schon wieder kein Haar was ist denn los 1, 2, 3, 4 schmeiß mal gleich vier Dinger rein, wenn das hier nicht fährt da wird ich hab jetzt 13 Haar 13 Stück davon ich mach noch insgesamt 10 Stück sollte das reichen sollte das reichen fuck 13 die Spitzhacke die ich mir da durchgemacht hab ne die ist so geil ok das ist auch gut ein Schlag 13 Stück hab ich jetzt ich weiß nicht wo ich Glas im Moment hab keine Ahnung keine Ahnung wollen wir noch Jumply Boost wollen wir noch äh Jump aber wir können Haste eigentlich nehmen damit kannst du auch schnell dazu hauen Moment wenig Emanuation kann ich noch machen 2 ja das kannst du auch machen und all the factory moves ne das ist kacke Burning Speed Speed Night Hangar 2 das ist THC BTM Neuser Haste Jump achso das stimmt genau das werden wir immer so ausrasten müssen was ist denn Damage oder nicht Deals Damage 5 wenn ich jetzt einsaufe davon krieg ich Schaden oder teile ich Schaden aus wie ist das aus ich guck mal ob das vielleicht da steht Carbon Carbondioxid ist das glaube ich gewesen ne ja Carbondioxid ja ich muss es ihm produzieren ja ich muss es ihm produzieren so 1 2 das einfach mal 1 achja achja das zeug 1 hä 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 das ist jetzt verpufft ah Capondioxid verpufft bei mir in der Hände ach man ja ja da muss ich noch irgendwas bei haben also können wir das nicht saufen und ich will dieses helf nicht machen das glaubt das hast du mir auch das ist ja ich hab 13 stück guck gerade ob ich von diesen komischen zeug nach haupt auch so wird joker 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 noch einen schmelzen noch irgendwo viel von hier einsteck damit wir jump boost haben auch für später noch zehn stück ab alles sechs für dich davon dann werden wir das auch gleich so machen der eine der gedrückt auf den knopf und der andere bleibt da drin und brauchst dann die diskette wieder zum anfangen kannst du vorher ja genau ich pack erstmal die sachen weg die ich nicht brauche du müsstest mal eine energiezelle mitbringen ne nehm doch eine harte net mit da muss ich eine energiezelle mitnehmen oder reicht eine harte net bin unten immer lieber eine energiezelle mit 5 einmal die brauche ich auch nicht das wollte ich nur mitnehmen doch die menschen die lass ich auch noch hier die ich hab jetzt voll wenig mit energiezelle eine hunderte nämlich raus i'm coming ich setz sie drauf ne ja also geh du mal ins cement da rein und ich drück drauf warte 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 ok drück drauf warte genau testest du rund vorher